Die russische Armee zieht sich offenbar aus dem Norden der Ukraine zurück, nachdem der Versuch, die Hauptstadt Kiew einzukesseln, gescheitert ist. Und so gelang es den ukrainischen Verteidigern nach eigenen Angaben nun, die gesamte Region um Kiew wieder vollständig unter ihre Kontrolle zu bringen. Dabei fanden sie in den zurückgeoberten Städten und Ortschaften offenbar auch zahlreiche zivile Opfer auf den Straßen liegen. Es lässt sich im Moment noch nicht sagen, wie sie zu Tode gekommen sind. Dafür fehlen unabhängige Berichte. Schon kurz nach dem Überfall auf die Ukraine hatten die russischen Truppen auch das Gelände des Atomkraftwerks Tschernobyl besetzt, dessen Umgebung seit dem Super-GAU dort 1986 schwer radioaktiv kontaminiert ist. Nun berichtet das ukrainische Außenministerium, dass russische Soldaten sich ohne Schutzkleidung einer erheblichen Strahlendosis ausgesetzt haben sollen. Matthias Schülke. Russische Soldaten auf dem Gelände des ehemaligen Atomkraftwerks Tschernobyl. Sie haben es schon am ersten Tag des Krieges am 24. Februar besetzt. Wussten sie genaueres über den Ort, an den ihre Regierung sie geschickt hat? Anscheinend haben die jungen Soldaten noch nichts gehört von der Nuklearkatastrophe 1986, trotz strahlentoter und riesiger verseuchter Gebiete. Das sagt Vadim Pabedim. Der ukrainische leitende Ingenieur in Tschernobyl ist trotz aller Risiken für sich selbst bereit, mit uns zu sprechen. Seine Mitarbeiter, die von den russischen Truppen fast vier Wochen festgehalten wurden, hätten ihm berichtet, russische Soldaten hätten den Sarkophag um den Unglücksreaktor für eine Montagehalle gehalten und keine Schutzanzüge gehabt. Sie haben gedacht, dass die Atemschutzmasken sie vor Covid schützen sollen und nicht verstanden, dass man sie anziehen muss, um das Einatmen radioaktiven Staubs zu verhindern. Ein ukrainischer Fernsehsender berichtet sogar, in dem stark radioaktiv verseuchten sogenannten Roten Wald in der Nähe des Kraftwerks sollen russische Soldaten Schützengräben ausgehoben und eine erhebliche Strahlendosis abbekommen haben. Der Physiker Sebastian Pflugbeil, der selbst mehrmals in Tschernobyl war, hält das für sehr gefährlich. Man kann vielleicht mal so durchgehen, auch wenn man nicht darf, ohne dass man gleich tot umfällt. Aber wenn man gräbt in diesem Gebiet, dann muss man damit rechnen, dass man auf wirklich hoch radioaktive Partikel stößt. Der Direktor der Internationalen Atomenergieagentur Grossi will demnächst Tschernobyl besuchen. Wir haben gehört, dass möglicherweise einige Personen kontaminiert wurden, aber wir haben bislang keine Bestätigung dafür. Vadim Pabedim jedoch erzählt, er habe von Mitarbeitern erfahren, dass vor einigen Tagen drei Busse nachts in Tschernobyl russische Soldaten abgeholt hätten. Einige haben sich übergeben. Sie haben aus der Nase geblutet, sie waren in schlechtem Zustand, hatten deutliche Anzeichen der Strahlenkrankheit. Verschiedene ukrainische Medien zeigen Bilder der Busse. Sie seien inzwischen im belarussischen Gomel angekommen. Die Soldaten würden in einem bekannten Strahleninstitut untersucht. Die britische Zeitung The Telegraph meldet, ein Soldat sei nach seinem Einsatz in Tschernobyl bereits verstorben.